Breitengrad 39,9, Längengrad 3,8, Menorca. Noch vor der ersten Familienreise mit der Columbus 2 wird an Bord schon für die Kleinen gefeiert. Die Eröffnung des ersten schwimmenden Steiff Kids Club. Dabei werden geknüpfte Bande der Kooperationspartner Steiff und Hapag-Leut-Kreuzfahrten natürlich nicht zerschnitten, sondern in eine gemeinsame Zukunft geführt. Auch wenn es um das Qualitätsversprechen geht der beiden Marken, sind wir, glaube ich, weltweit führend in unseren jeweiligen Kategorien. Und insofern, dass wir das Familienprogramm der MS Columbus 2 so unterstützen können, dann auch für die anderen Schiffe zur Verfügung stehen, macht uns sehr glücklich, auch sehr stolz, dass wir mit einem so tollen Partner zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Kooperation ist eine logische Kombination, die sehr, sehr gut funktionieren wird. Und deswegen sind wir sehr froh. Als erstes Schiff der Flotte bekommt die Columbus 2 einen Planeten Plüsch, auf dem unter dem Kommando von Käpt'n Knopf vor allem die Wünsche kleiner Kreuzfahrer in Erfüllung gehen sollen. Ich wünsche mir natürlich, dass für Kinder hier auch Kinderträume wahr werden, dass sie einfach Spaß haben, dass sie sich hier pudelwohl fühlen und dass sie insofern gewissermaßen so eine kleine eigene Heimat hier an Bord haben, wo sie halt einfach nur Kind sein können und sich mit der Steiffwelt wohlfühlen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017